Musik Liebe Volksmusikfreunde, am 26. Dezember findet in der Alpina Zunderscheche die bekannte Schächentauer Stubbete statt. Die Musik wird vom Nachmittag am 2 bis nach Mitternacht. Wir, das Echo vom Sonnenhall, freuen uns auf den Haufen, Musikantinnen und Musikanten und natürlich auf ein grosses Publikum. Also, safe today! Applaus 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 Applaus